Karl Rolzow, wir sind in München, wo sie in München ist. Da ist er in seiner letzten Aufgabe. Die Menschen hier würden ja noch einen Antruch freuen. Und einen geknippt. Döttenbremsen! Schnelle Zeit! Die Pialenerei steht in bis Ende des Nr. 6 mit 35 km. Dann kommt sie dann heraus. Dort hat der Weg geworden, dass die Bestzeit der 2.9 normalen Aktivität ist.